Stochastik ist einfach, das ist versprochen. Das ist jetzt nicht die Erklärung selber, sondern hier werden gleich links erscheinen, überall. Deswegen rede ich jetzt einfach noch. Aber mal ganz kurz, wozu? Stochastik ist die Kunst des Vorhersagens, des Erratens. Man sagt, die Möglichkeit, dass ein Ereignis eintrifft, also die Probability of an Event, ist, und da haben wir uns eine kleine Formel zusammen gebastelt, Gü durch Mö, günstige Ereignisse durch mögliche Ereignisse. Günstig nicht, weil sie schön sind, sondern für unsere Betrachtung wichtig und möglich, insofern, dass man sagt, Beispiel, ich habe einen Würfel, der hat sechs verschiedene Varianten, die fallen können, dann kann ich nur sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind die Ereignisse, die möglich sind. Eine 7 wird nicht fallen und eine 0 auch nicht. Und wie man das Mögliche errechnet, nicht nur beim Würfel, ohne mit langweiligen, naja, oder sagen wir mal mit sehr aufwendigen Baumdiagrammen und so weiter zu arbeiten, sondern mit ganz einfachen Formeln. Genau das wird dann in den Videos erklärt. Und, wie gesagt, versprochen, die Schüler haben es gekonnt, jeder, der sich das anguckt, der wird das auch erkennen. Die Erklärungen, die folgen dann in den Verweisen, die ich hier überall noch anbringe. Also auf eine Playlist und in der Playlist sind dann die verschiedenen Varianten. Sucht es euch raus, freut euch, wenn ihr es verstanden habt. Ich würde mich freuen, wenn es euch dann geholfen hat. Na dann.